Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 1. August. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für mich vorbereitet. Es geht um ein Handy-Verbot, um Soundcloud, um Threadripper, um Facebook-Stories, um iOS-Tastaturen, um Chrome, um HTC U11, um QNAP und um einen HBO-Hack. Wir beginnen bei Honolulu und dort soll es ein Smartphone-Verbot geben. Konkret dann, wenn ihr vorhabt, quasi den Zebrastreifen zu überqueren oder die Straße zu überqueren. Grund dafür ist eben, dass Leute immer wieder abgelenkt sind, wenn sie auf ihr Smartphone schauen. Das Thema ist bei Gott kein neues. Im Endeffekt gibt es immer wieder schon Bestrebungen, tiefer gelegte Warnhinweise zu machen beziehungsweise gar irgendwelche Ampeln auf den Boden zu projizieren. Wir hatten das auch schon in der Daily hier. Im Endeffekt, ja, Honolulu ist jetzt die erste Bundesstaat in den USA beziehungsweise die erste Stadt in den USA, die jetzt ab Oktober ein Handy-Verbot ausspricht. Zumindest dann, wenn ihr die Straße überquert. Die Strafen sollen zwischen 15 und 99 US-Dollar betragen. Wenn man quasi erwischt wird, ja, wird zu warten sein, ob das Ganze überhaupt sich verbreitet beziehungsweise auch andere Bundesstaaten auf das Thema aufspringen. Wir kommen zu Soundcloud und da gab es ja schon immer wieder, ja, einerseits die Äußerungen, dass es Soundcloud schlecht geht. Da wurden immer wieder Mitarbeiter entlassen. Andererseits gab es ja immer wieder auch Gerüchte über weiße Ritter, die den ganzen Dienst übernehmen könnten. Da gab es schon sehr bekannte Namen. Jetzt gibt es neue Gerüchte. Diesmal, dass zwei private Equity-Firmen, die nicht näher genannt werden sollen, den Streaming-Dienst übernehmen sollen. Die bisherigen Macher sollen dann quasi in den Aufsichtsrat wechseln. Ja, klingt einer für sich nicht so schlecht. Bleibt zu hoffen, dass Soundcloud die Hilfe bekommt, die sie brauchen. Ob wir auf der anderen Seite nur weiterhin Geld hineinpumpen, wird das ganze Thema nicht lösen. Wir kommen zu AMD und die haben eigentlich gestern gleich zwei sehr wichtige Ankündigungen gemacht. Zum einen, die AMD Raidon RX Vega-Karten wurden mehr oder minder vorgestellt. Das sind auch die, die in Apples iMac Pro zum Beispiel Ende des Jahres werkeln sollen. Auf die möchte ich gar nicht so großartig eingehen, weil die Zahlen, die der Konzern selbst rausgibt, sind ja am Anfang immer durchaus schwierig. Das haben wir auch bei den Ryzen-Prozessoren gesehen. Da wird dann tatsächlich zu warten sein, was die können, wenn sie denn da sind und tatsächlich auch verbaut werden. Was wir jetzt aber sicher wissen, Stichwort Ryzen, der kommt am 10. August in drei verschiedenen Ausführungen. Der 16 Kerner lautet auf den Namen 1950X und wird 999 Dollar kosten. Der 12 Kerner 1920X soll 799 Dollar kosten. Und der 8 Kerner 1900X soll 549 Dollar kosten. Veröffentlichung, wie gesagt, am 10. August. Wir kommen zu Facebook Stories. Das ist ja seit März quasi mehr oder minder aktiv und hat jetzt ein neues Feature bekommen, das quasi die Verbreitung noch ein bisschen ausbauen soll. Da geht es vor allem darum, dass die Stories jetzt auch einfach öffentlich geteilt werden sollen. Das Feature soll in den nächsten Tagen für alle online gehen. Für Features, die eingestellt wurden, wir kommen zu Microsoft. Die haben ihr Wordflow-Keyboard für iOS eingestellt. Im Endeffekt eine recht nette Tastatur, die vor allem Einhandbedienung ermöglichen sollte, mal ein ganz neuer Ansatz. Jetzt wurde das Projekt zu überraschend allerdings eingestellt, eben wie gesagt. Grund dafür dürfte vor allem die Akquisition von SwiftKey sein. In dem Blogbeitrag, wo beschrieben wird, dass quasi die Tastatur eingestellt wurde, wird auch gleich direkt auf SwiftKey verwiesen. Wir bleiben bei iOS-Tastaturen, kommen aber zu Google und die bauen Gboard unter iOS ganz ganz, ganz stark aus. Im Endeffekt ist es möglich, neben Google auch direkt YouTube und Google Maps zu durchsuchen und dann quasi zu teilen, das was man gefunden hat. Zudem ist es möglich, freihändig Dinge zu zeichnen und diese dann auch als GIF zu verschicken. Wir bleiben bei Google, kommen aber zu Google Chrome. Dort soll ja ein Adblocker Einzug erhalten und quasi nur Werbungen, die von der Coalition of Better Ads abgesegnet wurden, dann auch entsprechend anzeigen. Der Adblocker ist jetzt in den ersten Canary Builds enthalten. Allerdings vorher ist nur unter Android, wer ein Android-Handy hat und sich dort anschauen mag, eben in den entsprechenden Canary und Nightly Builds ist das Ganze bereits drinnen. Wir kommen zur HTC und HTC hat ja mit dem U11 relativ viele Sprachassistenten im Angebot. Neben dem HTC-Eigenen gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel eben den Google Assistant einzubinden oder aber auch Amazon Alexa. Vor zwei Wochen ist die Funktion in den USA gestartet, jetzt auch in Deutschland. Um das Ganze einzubinden, muss man mal die HTC Alexa-App runterladen, kann das Ganze dann aber auch zum Beispiel auf den berührungssensitiven Rahmen legen. Ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, überraschend, dass sich HTC hier so offen zeigt. Zu vorletzt quasi noch ein kleiner Service-Hinweis für QNAP-Besitzer. Dort gibt es Fehler in RAID 5 und RAID 6. QNAP selbst hat heute ein Mail ausgeschickt mit einem großen Update-Hinweis. Im Endeffekt, solltet ihr ein QNAP-Device haben, steigt ein in die Admin-Oberfläche und datet euer NICE ab, sonst könnte es zu Fehlern mit euren Daten kommen, was bei so einem NICE natürlich sehr problematisch wäre. Zuletzt ein Hack bei HBO. Das ist unter anderem der Betreiber hinter Game of Thrones und damit gerade er sehr, sehr stark in den Medien. Bei dem Konzern dürfte es einen Hack gegeben haben. Unter anderem sollen auch Inhalte von Game of Thrones geleaktet sein. Einerseits A, tatsächlich Folgen, aber auch B, wesentlich spannender wahrscheinlich Skripte. Auch andere Serien sind betroffen. Das, was da rausgekommen ist, soll 1,5 Terabyte groß sein, soll einigen Redaktionen und Online-Medien zugespielt worden sein, noch zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist noch nichts im Netz unterwegs. Die Frage ist allerdings, wie lange das bleibt. Generell solche Leaks sind immer wieder ein großes Thema. Im Endeffekt, neulich war erst Netflix betroffen. Da ging es um Serien oder halt Episoden von Orange is the New Black. Da ging es allerdings nicht direkt um einen Leak bei Netflix an sich, sondern eher darum, dass eine Postproduktionsfirma gehackt wurde. In diesem Fall dürfte es allerdings tatsächlich eine Sicherheitslücke bei Game of Thrones beziehungsweise eben bei HBO direkt gewesen sein. Da hat man ja im Vorfeld schon gelesen, dass relativ viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Es wurden Fake-Spoiler gedreht, alle Stars wurden dazu angehalten, zweifach Authentifizierung auf ihren Accounts aufzudrehen. Geholfen hat anscheinend letztlich leider nichts. Das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen guten Start in den August und wir hören uns morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.